Pick, ähm, normal diesmal, wieder zum Einspielen, ähm, und dann geht's gleich hin, im nächsten Spiel geht's dann in die Ranked Games, das ist zumindest der Plan. Wollen wir doch mal gucken, was wir hier an den Spielern haben. Ähm. Hm, jetzt ist die Frage, wen ich spiele. Okay, Snack haben wir schon mal, holt ihr schon mal raus aus meiner Rappertur. Ich bin im Moment wieder mit Klinks dran, dass ich da eigentlich gar nicht schlecht bin, dank des neuen Guides. Hm. Den ganzen. Hm. Hm. das problem ist gerade ist mir ist kalt dann werden meine finger ein wenig um sehr es ist natürlich nicht gut gegen mich und das ist gut gegen mich da bräuchte ich erst sein und um gegen den antreten zu können um eine Sekunde ich hoffe ich habe nicht so probleme gegen die offlane wer wird da sein wenn lina nicht mit ist und sky nicht mit also vermutlich shadowfreund der mitspielen wird und und das ist alles was ich habe ich habe also wie gesagt ich habe momentan nicht mehr und in 20 minuten oder so würde das eh meine hand ist kalt das nervt kurz und dann dann hinterher geklemmt dann wird die wieder warm das problem ist wenn meine hand dann kalt ist dann sind meine muskeln auch kalt und dann und dann was ist das mit dem bewegen so grobmotorisch sage ich mal achso ich hätte mir noch die die biebs kaufen sollen ich muss echt aufpassen wenn ich meine hand so nicht vorher dran denken sollen mist und dann und dann so schön sie es geht jetzt ab ich bin ich bin aus europa Da hab ich ja schon fast einen Server an der Grenze zu Russland verdammt. Block verpasst. Vergiss es. Was ist denn das denn für Leute? Oh shit, natürlich das was ich nicht haben kann. What the heck? What the heck? Dina steht da einfach. Müsste ich das Leben raussaugen? Ups. Ich hab auch den Blightstone. Zweiter Angriff wäre damit... Ich weiß nicht, ob das denn dann... Wirkt der beim ersten Angriff? Ich glaub schon, oder? 37... 38... 37... Ja... Muss ja. Was für Leute spiel ich denn grad hier? Das ist ja... Ich würde nicht sagen, es ist schwerer. Normalerweise ist es schwerer gegen Dina und Sky. Selbst als normaler Spieler. Und als normaler Hero. Und nicht als Lowlife Clinks. Ist ja straight nochmal was anderes. Light my way. Fast block! Hehehehehe. Nun quicker. An Aval lights my way. nein warum ist er überhaupt schon level 3 hat er den kill gemacht point the way okay fight us for war better to run than curse the road yes der ist schick ah miss meine finger ich merke das noch so langsam mit denen gerade es wird sich ja fast schon lohnen gerade mal die runde zu kontrollieren so sehr wie die an der lane kleben was macht ex yes was war das denn für ein move yes sehen kann sie mich nicht oder ja ich würde mich früher auch unsichtbar machen sollen wäre der bait besser gewesen ohne dass ich da so viel darunter leiden müssen ich sollte versuchen mal ob da ich da mit unsichtbarkeit rauskommen würde was ist das geiles attacke nämlich echt hilfreich better to run than curse the road zudem werden die schuhe noch ganz nett und range wäre am ende tatsächlich nicht schlecht für mich ein bisschen aus und zwei reingern yes ich sollte echt mal ein ward aufstellen aber ich habe natürlich gut ich habe genug kohle dafür aber soll ich die restliche auch natürlich lieber die unsichtbarkeitszeit nicht es ist ... so ... ... ich bin finanzen ... Die Strukturen sind fortgeschritten. Attack! Fight the way! How exciting! Their middle tower is destroyed. Okay. Ich will noch ein bisschen gucken, ob ich auf Last Hits komme. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich bin okay. Die Region von Maiden hilft schon ganz gut. Was? Okay, die Übergangszeit, ja. Klar vergessen. Shit! Hängen! Ich hätte vielleicht vorne bleiben sollen. Wo? Okay, da ist ein Ward. Die haben das Timing aber schlecht abgesprochen. Schlechtes Timing. Ich habe immer noch einen scheiß Ping. Schlechtes Timing. Okay, dem geht es ihm ja ziemlich gut gerade. Ich meine, er könnte jetzt den Korea holen. Ich bin aber. Ha 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 ha! Ja! Indeed! Nichts schneller! Hang it, Shutterfeind wäre so einfach gewesen Spree-Double-Kill! Dang it! Wir sind jetzt los, äh, ein bisschen Geschwindigkeit. Ja! Ups, da sollte ich besser aufpassen. Äh, 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 äh. Guck mal, da ist auch grad ne Rune. Batrider. Ich hoffe, der hat noch keinen Blink. Ups. Ups. Okay. Dann wollen wir dann mal straight in den Mana-Push springen. Und hoffen, dass wir jetzt man, äh, äh, schlussendlich vielleicht ne Zehner ein Befehl bekommen. Zehner Regen? Ja, schonmal grundsätzlich, äh, nicht verkehrt. Nein! Nein! Wirklich ist... Dein Mittelpark ist unter attackieren. Okay, damit ist der andere Kommandgriff nicht ausreichend. Wahrscheinlich sogar der Normale nur. Aber ich hatte ihn fast gehabt. Ein Angriff mehr. Ein Level mehr. Ein bisschen Damage mehr. Einfach nur irgendwas mehr. Ja, Schadenangriffstremot. Das hätte ich schon... Durchaus gereicht. Boah, meine Hand, was mehr? Das ist jetzt nicht. Vielleicht ist es besser, wenn ich das zumache. Ich kann da irgendwie sehr schlecht was machen. Das war natürlich jetzt echt genial. 3, 2, Regen. Ich will ihm da jetzt nicht den Farm wegnehmen. Aber sollte ich es eigentlich. Wow. Das wäre echt hart, wenn er das überlebt. Ich verstehe, das hier sieht gar nicht so schlecht aus, tatsächlich. Oh no... Okay... Shadowfeind fehlt... Blöder Lass zu sein. Unglaublich. Das war jetzt natürlich echt genial. Jetzt noch warten. Das war jetzt. Nein, lass es. Bleib da weg, Maiden. Ich brauch noch ein bisschen, damit ich meinen Power-Shot habe. Oh, das ist gut. Oh, da hätte ich jetzt vielleicht auf Markierresistenz gehen können. What the heck? Das war jetzt so sinnlos. Ah, mittlerweile habe ich ein Gefühl fürs Timing bei den Ruhnen. Sehr interessant. 5, 2, 7. Schlecht. Ah, dang it. Okay. Das ist nicht so gesund. Hahaha. Geil, ich kann ihn weg. Und es juckt einfach überhaupt nicht. Ich bin schnell genug für den Scheiß, ist das geil. Vielleicht hätte ich in die Base zurückgehen sollen. Vielleicht hätte ich einen Gegner nehmen sollen, das wäre effizienter gewesen. Ich bin auf dem Besten. Geht's ja mal mit dem Stand. So, guck mal einer an. 20 Minuten. Ah, was ist das denn? Was ist das denn für ein Kerl? Steht einfach an einem gegnerischen Lager und... auf. Oh. 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 Oh, Sky war auch noch da. Dang it. Das sind die Fake. Ich bin gerade echt am überlegen. Eigentlich müsste ich mir Lebensraub zulegen. Tatsächlich mal. Lina. Muss ich mich natürlich dahinter stellen. Die kurz anhauen. Am besten ihn silencen. Lina. Ich müsste einen alleine erwischen. Moment. Hä? Jetzt muss ich mich nicht sehen, wenn ich mich unsichtbar mache. Okay. Hup. Hup. Uhuhu. Well. Hoho. Da war X gerade Ablenkung genug. Achso, ich kann ja gerade wieder hoch. Hänge. Ach, 2-7. Dann bin ich wieder gut. So, nee, das geht mir jetzt auf den Keks. Okay, direkt hierher kommen können sie nicht. Ich habe eine 9,9er Regen und das ist Level 15. Oh, ist X nur Level 10? Oh, shit. Das sind 3 Stück. Dang it. Ich kann maximal einen mehr holen. Von daher ist das ein bisschen doof. Er hat es tatsächlich geschafft, ob es so einfach... Verdammt. Wenn ich dazu noch den Rod holen würde. Aber... Das wäre dann zu viel des Guten, nehme ich doch mal an. Ah, Mist. Verdammte Axt. Nein! Dieses Dänische Mist in der Kuppel. Ah, das habe ich nie verwendet. Aber das hatte ich... Ah, Mist. Das hatte ich... Tatsächlich... Mist. Umdrehen und weglaufen. Da hätte man eben ein bisschen Schaden. Da habe ich mich die ganze Zeit angegriffen. Ich stand da und habe ihn die ganze Zeit nicht... Zaubern. Hm. Hm. Oh. Bad Rider hat gerade zwei gekillt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich glaube nicht, dass ich erstmal mitgehen werde. Ich glaube es nicht... Ich glaube es nicht... Vor allem All Mid ist immer so ein Kommando. Was dann entweder... Sterben bis zum Erfolg oder so. In den Kommissern. Braun, Lina... Und Sky, die laufen die ganze Zeit als Doppelfack rum. Komm schon. Der ist schon wieder. Der ist schon wieder. Gerade eine Rage-Crewage. Ich komme noch nicht mal auf eine... Alter, ich habe es. Muss sowas sein. Was ist der denn jetzt? Ich habe auch so bescheuert zu kriegen, dass er seine Schulter genau verkackt. Hm. So. Wo steht der denn? Was ist denn hier? Der Axe versteckt? Das lassen sich die ganze Zeit auch aufgreifen. Der Axe ist viel zu weit vorne. Momentan. Und Axe klappt mir in Korea. Wunderbar. Immer schön mit dabei. Und Axe klappt mir in Korea. Wunderbar. Ja. Naja, by the way, wir haben... Wir stellen ihn nicht immer von... Also hat diesmal Batrider tatsächlich. Ich dachte, das wäre Sky schon wieder gewesen, der ihn zerlegt hat. Ich hoffe, so schnell können sie nicht reagieren. Oh. Der hatte nicht mehr viel Leben. Okay. Ich dachte, der hätte mehr... Hm. Aber sind gerade alle... ...binteleportiert? Das fand ich jetzt recht interessant. Oh, das war... ... Ja, ist ja gut. Ach, der wieder. Gut, dass er den mal slow aufhalten konnte. Die Frage ist jetzt eben... Na gut, das war jetzt irgendwie... übertrieben einfach. Ach so, Shadowfiend ist ja nicht mehr drin, ne? Jetzt fängst du ja früh an. Brauch ich eigentlich noch 1600. Bin ich locker zusammen. Mansohn. Hm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich würde mal sagen, glücklich aufgegriffen. Wo sind sie denn? Ach, das war die Welle, die ich aufgehalten habe. Ach, Moment, sind nicht gerade Creeps da? Sind nicht gerade Creeps da? Wo meine ich das nur? What the heck? Der war doch gesilenced. Ach, Moment. Ach, Moment. Will meine Embers burn? Ach, Moment. Ach, Moment. Keine Antwort. Ach, Moment. Oh, Moment. Oh. Stimmt. Oh, Moment. Oh, Moment. Oh, Moment. Oh, Moment. Oh, Moment. Oh, Moment. I mean, was ist da irgendwer? Ich bin doch schon daaaaa. Ja. Naja, Strike würde ich mal behaupten. 5, 4, 3, 2, 1. Ich habe einen Gebäude-Counter, also... 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3... 1.000, tatsächlich, 26, 12, 8, er war schlechter als ich. So rein theoretisch wäre er schlechter. Mal sehen. Tatsächlich erst dreimal so oft gestorben. Oh, der hat Damage verursacht. Gut, mein Gebäude-Damage ist natürlich unschlagbar. Selbst gegen Snipern. 13 Kills. Shadowfeind habe ich tatsächlich kein einziges Mal gehabt. Der war auch nie wirklich gegen mich. Ist ja direkt wieder raus aus der Spieldiskussion. Naja. Wo scheint es denn? Tatsächlich. Oh, Slugs Riptide Rumble. Vielleicht haben wir ja noch eine Chance aufs Relikt. Die Wahrscheinlichkeit ist so gering. Ich bekomme eher sowas wie 750 oder... Äh, 2.000. 2.000? Kommt nochmal? 2.000? Muss das sein? Hm. Okay. Ne, Oracle spiele ich nicht. Das kannst du knicken. Da habe ich keinen Bock drauf. Oracle mag ich nicht so. Na gut, was soll's. Ähm. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Runde. Ciao. Ciao. Ja, ja.